Sie kommen! Hör zu! Hallo! Das Problem ist, der eine macht keine Steps. Er muss auch seinen Schwellschädel zur Tür reinschieben. Hm, naja, aber ich frag mich immer... Hühnchen. Was macht eine Katze? Stell dir vor, der Mensch wäre nicht da. So, dann ist irgendwo ein Schwein verreckt. Da kommt eine Katze und denkt sich, hm, das ist ein Schwein verreckt. Und frisst das. Weiß ich nicht. Schwein fressen sie schon. Ja, die fressen das ja klar. Aber du sagst ja, es ist nicht gut für die. Richtig. Es ist halt nicht gut für die Katze. Blei. Aber wenn man vom Teufel spricht. Aber was denn? Schwein gefunden? Ein Todes. Nee, vom Blei. Ach so. Wo ist denn eigentlich das Blei hier heute? Da hab ich noch gar nicht gesehen. Da hat er Frühschicht. So, wo gehen wir ihn jetzt hin? Old Gas. Old Gas ist gut. Da treibt sich bestimmt auch so ein Spitzschwein rum. Guck mal hier auf dem Torplatz. Da laufen wir auch manchmal halt rum. Weil der Sniper oben ist da. Wo denn? Der wird oben auf dem Turm wieder. Ich weiß nicht, ob du den von hier aus wirst. Klar. Man sieht ihn halt ganz schlecht. Aber man sieht ihn. Ich sehe bloß meinen Rotpunkt nicht. Ich sehe den Scheiß Rettert nicht, Alter. Jetzt stellt er sich hinter das Ohr. Ja, lass weiter zu Old Gas. Ist er näher für dich. Ich lauf mal in die Kuhle mit dem Hintenstech. Ich muss immer kurz gucken. Den hat einer runtergeschossen. Ja, von rechts drüben. Ich geh mal hier in die Wasserhalle rein. Was? Ich höre den Chef. Ich komme. Der ist bei mir hier drinnen. Hilfe. Weg, 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 weg. War glaube ich noch ein zweiter, oder? Ja. Was ist da hin? Der Lauf. Was ist da hin? Ich bin da. 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 Geil. Ich bin da. Ja, Grashelm. Geil. Oh. Und der schöne Wester. Geil. Au. Was ist denn das? Da schießt der auf mich. Hast du auf mich geschossen? Nee. Alter, der steht hier vorne. Links von dir. Links. Links. Hinter dem blauen Ding. Genau. Hammer. Was ist da? Warten Sie mal weg? Ja, oder Hammer? das hat sich erledigt Ok, Jörgmuth rechts hinten im Brut und raus Da ist Jörgmuth's Geft gerade hingelaufen Sehen wir nicht mehr Wahrscheinlich sind wir in der blauen Zaun gelaufen Pass auf, die steht noch manchmal unten drinnen Gerne Port Knox wird geballert Sind wir schon drüben? Ich hüpfe jetzt gleich hier durch den blauen Zaun Ok Und dort Das ist Geft auch Das war's für heute. Bist du schon durch? Ja. Ich laufe links unten zum Stash und dann zum Scheißhaus. Okay. Ich bin hinter dir. Halt aufpassen, das finden wir da halt auch geschlossen. Wieso bin ich hier so schwer? Ist doch bloß 35 Kilo. Aber er hört sich an, Junge. Ja. Bleistbender, danke dir. Ich bin jetzt unten in der Kuh gekommen. Ja. Oh, da ist noch was im Kottnock. Ja, im Kreckhaus. Ja. Oh, fuck. Na, was ist da? Ja, mein Problem. Das sind die Goons. Scheiße, ich hab's gehört. Oh, wir müssen hier weg. Wir müssen hier weg. Halt die Schnauze. Ich hab keine Zeit. Ich laufe in die Garage rein. Scheiße. Die wollen uns umbringen. Hab ich ne Granate dabei? Ja. Bist du in der Garage? Ja. Ich komme. Sie kommen! Hör zu! Hallo! Diese Mixer haben wir zum Single-Ply, hätte ich fast gesagt. Stefan. I in Deckung. Bleib in Deckung. Aime die Tür ab. Ja, ich nehm die da hinten. Nee, die kommen dann gleich hier vorne rein. Nee, die kommen dann gleich hier vorne rein. Nee, da hab ich Left Peak, Alter. Das ist... Da musst du machen. Komm doch nur auf diese Mistkache, Alter! Hast du zufällig noch ne Granate dabei? Ja, was soll ich damit? Gib die mir mal. Nö, warum? Was willst du machen? Was ich nicht auch machen kann? Raushauen. Raushauen. Die rennen noch weg? Ja, links. Nee, die rennen nicht weg. Die kommen dann meistens. Achtung, da tuschelt es. Da ruschelt es. Na gut, warte. Stehen die hinter dem Zaun? Die kommen, die kommen, die kommen, die kommen. Wow. Warte. Nee, mach keinen Mist. Ja, wir kommen eh sonst nicht mal. Was hast du denn erwischt? Weiß ich nicht. Nee. Die kommen jetzt gleich. Ich muss hinten die Türen, nicht, dass die hinten rein rammeln. Ich muss mein Bein schnell dran tackern. Ja. Fuck, Alter. Die haben Schiss, die Idioten. Wir kommen hier nicht mehr weg. Wenn die nicht reinkommen, kommen wir hier nicht mehr weg. Ich weiß es eben. Heldenhaft bist du, Mist, das erste Haus. Heldenhaft. Hast du dich rausgestürzt? Ich würde ja mal hinten raus gucken. Mach's nicht. Die sind weg, oder? Die sind weg. Die sind weg. Die sind weg. Die fetzen sich dann mit anderen. Irgendwas raschelt noch. Pass auf, der kommt. Der kommt. Sauber. Gut. Da fehlen aber noch zwei. Die kommen gleich. Die wollen im Kummelrechen die Arsch geigen. Das Problem ist, der eine macht keine Steps. Er muss auch seinen Schwellschädel zur Tür reinschieben. Du läufst? Nee. Ich hör auch nichts. Ich hör nichts laufen. Hinten. Alter. Das war, glaube ich, nur ein normaler Scheiss-Käff. Ich will das Brett wieder zumachen. Ich sehe meinen Laser nicht. Der Dorfköder ist weggelatscht. Ich weiß halt nicht, wer von den beiden noch... Es sind ja insgesamt drei. Ich weiß nicht, wie viele von denen noch leben. Das ist das Problem. Wie nah muss ich an seine fette Käsequande noch rankommen? Ich weiß nicht, was wir machen können. Du hast ja noch eine Granate, sagst du. Vorne raus pieken und Richtung Treckhaus werfen. Naja, wofür? Aber einfach so ziellos. Ich habe so schon kein Glück, wenn ich gezielt versuche zu werfen. Ja, müssen wir aber. Wir müssen ja rauskriegen, ob die noch da sind oder nicht. Vielleicht guck mal. Nö. Wer hat... ... 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 habe ich den eigentlich umgelegt oder du? warte mal weiß ich nicht aber der hat auf alle fälle granaten die nehme ich mal kurz ja dann nimm deine granaten und stürz dich nimm die rüstung mit was tut das mein schatz? ja die andere nicht. hey sind entweder tot und es hat keiner geschrien oder? ne ich habe nichts gehört das ist halt die frage ob der andere spieler noch lebt was ist das? das ist wahrscheinlich der spieler ok pass auf das kommt von hinten nee das sind die goons hast du vorne die tür einen blick? ja ja ok du hast hinten? ja du läufst? nee oder kommen die mal die idioten oder? was passiert hier? ich würde gehen du musst die brille wegschmeißen ach so du hast vorne im blick die sind vorne glaube ich jetzt ja das ist ein skeff das glaube ich nicht Tim oder ja spieler ich weiß es nicht das sind zwei spieler da ist ein down der kam vorne rein schade schade so ihr wichser so hat es gemacht scheiße geil boah ich habe ein neid gekillt ah ok ich habe mich gut geklaut danke aber jetzt kannst du dich voll spufen warte hörst du noch was jetzt kommen die goons oder was? ich weiß noch nicht mal wie viel munition ich noch drin habe oh ey leckumio was? achso ich habe keine munition geh erstmal meine leise da hast du einen großen rucksack ok geil den werde ich rausschleppen matze du killer olli grüß dich danke blei 6500 xp geil hast du? krass 6500 xp habe ich gekriegt obwohl ich tot bin alter da kriege ich ja bestimmt ne million dann kann man das weg hauen scheiße alter der Baller sind da noch nicht voll Was bist du, arme Wurst? Das ist voll schön großartig, da kriegst du ein bisschen was neu. Das Xenomorph hau ich mal weg. Pulsierkmalch 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 Ich haue erstmal den ganzen Scheiß raus. Ich habe den Scheiß raus. Ich habe den Scheiß raus. die machen cool auch nicht mehr fett ja, das ist ein Mist Was ist das? Ich schmeiß meine Waffe dann weg und nehm den seinen hier mit. Er hat keine Munition mehr. Er hat keine Munition mehr, das ist auch scheiße. Das ist blöd, das ist richtig. Mal gucken was der andere hat. Fue ich wenigstens für sie. Ich nehme mir künzt, das war es leichter. Böckling. Wache ich in die Qualität, so dass ich in die Fortune selber probiere, um so viel mit dem Knopf zu arbeiten und an zu mir. Ich empfie diese. Ich nehme auf eine Wache. Und dann, wenn ich hier alles ein Suddenly geboren, ich würde wiederum, dass ich immer dasballeige unter mir gesichert bin. Seil ich im Resort. Ich nehme die Kohle. werden sie halt so geschraubt so Da ist doch die Rüstung, nimm das große Rick mit, okay, das kann ich machen. Das macht jetzt immer etwas durch den Wind, so, deine Waffe, was sagt die Uhr, 13 Minuten. Ich hau mal das Ding hier hin, schmeiß mal Reine Waffe hier unten hin. Dankeschön. Ich weiß nicht, ob hier einer reinkommt. Ja, mit Sicherheit. Das Gäste wäre ja mit Sicherheit noch lang. Ja, wenn die drüben im Kreckhaus sehen, dass da irgendwo ein Skepp gemacht wird. Warte mal. Hier ist ein Spieler vorbei. Ich glaube, es war ein Spieler, Olli, oder? Auf alle Fälle ist etwas vorbei gerannt, ja. Ich glaube, ich weiß nicht, ich habe nicht gehört, dass er weggerannt ist. Da bin ich mir nicht so sicher. Stiefelt hier noch. Jetzt ist er weggerannt. Oh. Oh. Der 5-7 hat er dann Meister. So. 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 machen wir das. So. 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 Da weiß er das entschieden. Das muss er nicht überprüfen lassen. Oh ja, BP kann man mal mit rausnehmen. Aber trotzdem schon wieder vorgestern. Einmal Wutz, einmal Shoreline. Zwei Stück an einem Tag allein. Aha. So, habe ich jetzt gut geschrebt. Oh, da gibt es noch Schrebtenswertes. Ach ja, bei dem wollte ich ja nochmal. Dorms 220. Oh, geil. Dorms 220. Falls jemand braucht. Maske brauchst du eigentlich für eine Quest irgendwann. Die Maske, ja. So, was war das? Was stand da? Das war wegen dem Kopf. Aber ich meine, die Gunst Gäste in ist ja, wie ich das kenne. Naja, wenn ich genug Kohle habe, warum nicht? So, habe ich noch irgendwas Belangloses im Koffer. So, hier haben wir noch irgendwas. Ach ja, hier ist ja noch Platz. So, was ist hier? Was mache ich? Man ist das etwas von Gott. Kier tötet. Ah ja, möglicherweise. 57 Kilo. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Ja, so schau! Hey, wir schreien! Wir schreien! Das ist doch so! Alter! Hier war noch einer. Okay, er ist weg. So, mein Rucksack. Alter, leck mich doch! Vollidiot, ich will hier raus! Oh! Das schaffen wir locker! Rucksack weg, ja! Instinktiv! Boah, Erntedankfest! Oh, was für eine Loot-Org hier, Mann! Wenn ich sehe, wie schnell das bei den anderen immer geht. Oh, ich bin total überfordert bei sowas. Geil! GG! Danke! Danke! Danke, Olli! Danke, Blei! Danke, Amdu! Danke, Männer! Oh, ja! 80 Gefs. Zwei Spieler. Wie viel XP gab's? 5550. Oh, wie viel hattest du? 6500. Oh, ich bin rausgekommen und hab viel mehr Erchancen. Jawohl, ich hab den Post erwischt. Bis zum nächsten Mal. Doh! Oh, ich bin auf. Wenn du rausgerst.